Hallo meine Freunde, ich bin hier am Glems Eck, ich war in Stuttgart, bin auf dem Rückweg. Ich war jetzt noch beim Motorradtreff vorbei. Ich bin hier am Glems Eck. 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 Niemand da mit einer Brixton oder jemanden, den ich kennen würde. Ich habe mich auch nicht angekündigt, dass ich heute vorbeikomme. Aber von hier wird es noch ein paar Videos geben in nächster Zeit nehme ich an. Ich bin da dabei so eine Motorradgruppe aufzubauen. Und dann wird man sich öfters mal hier treffen. Dann werde ich auch mal ein paar andere Motorräder zeigen. Ich bin eigentlich zu früh abgebogen. Das ist auch alles neu hier. Ich habe mal hier in der Gegend gewohnt, in einer WG. Das waren wilde Zeiten. Kamasaki-Bulkan-S. Ja Leute, es gab mal eine Zeit, da war Halloween bei uns noch gar nicht so bekannt. Uns wurde auch eigentlich nicht zelebriert und gefeiert. Und hier war so eine amerikanische Enklave von der Panzerkaserne von Feingem. Hier haben ziemlich viele Amerikaner gewohnt. Und zu Halloween gab es eigentlich nur hier komplett beleuchtete Straßen und vergeisterte Menschen verkleidet. Das war für uns eigentlich eine Sensation damals. Ach du Schande. Jetzt ist hier zu. Was soll das denn? Ist ja nicht zu fassen. Das ist ja nicht zu fassen. Deswegen hätte ich jetzt 5 Kilometer Umweg machen müssen. Versperren die hier einfach den Weg. Wir sind hier Rotesheim Heubeeg. Und in diesem Haus hier hatten wir früher unsere WG. Interessant hier mal wieder vorbeizugehen. Interessant hier mal wieder vorbeizugehen. Verwerber alkaline. Musik. 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 Musik Du kommst genau zur richtigen Zeit. Wieso? Ich habe schon überlegt, ob ich dich kontaktieren soll. Echt jetzt? Ich komme gerade von Stuttgart. Dachte ich, ich habe dein Auto gesehen. Ich gucke mal kurz. So, meine lieben YouTuber. Ich bin jetzt noch in den Genuss gekommen von einer Gulaschsuppe. Das ist Gulaschkanone. So. Ihr seid auf YouTube. Ich hole gleich meine Mac Menin Pack 50 raus. Oh. Dann geht es richtig ab. Richtig? Nee. Ich muss mal googeln. Wie heißt das Teil? Mac Menin Pack 50. Hat das Verfolgung und so? Ja, ohne Verfolgung. Das tut schon. Bisschen Medienluft. Ehrlich. Sowas, okay. Vom Kaliber. Habe ich gerade eine CO2-Patrone? Geht auch. Normale Patrone sind, glaube ich, ich kann mich erinnern, 15 Zentimeter oder so. Boah. Also, jetzt schweifen wir gerade ab vom Thema Motorrad. Aber ich habe auch einen YouTuber, der hat einen Waffenkanal. Ja, genau. Also, für ihn speziell. Der Kanal heißt N-Control. Der Waffenkanal heißt anders. Weiß ich jetzt nicht. Aber dann kannst du dir mal ganz speziell sagen, wie das Teil heißt. Ach so. Mac Melian Tac T-A-C-50. Okay. Roy, falls es dir das was sagt, dann kannst du ja was in die Kommentare schreiben. Genau. Also, macht's gut. Danke für Speis und Trank. Macht's gut. Ciao. Tschüss, Daisy. Tschüssi. Ja, es hört sich interessant an. Also, wie machst du vom Andi sein auch in so einem Halben? Brauchst aber einen Schein, oder? Für Sportfischer. Ciao, macht's gut. Ja, hier steht noch ein geiler Jeep. Der steht zum Verkauf. Na gut. Jetzt guck ich mal, dass ich nach Hause komme. Erstmal den Porsche vorbeilassen hier. Hier war noch was, was ich zeigen kann. Da stehen so MGs rum. Das sieht ja auch heiß aus hier. Ja, da gibt's einen hier im Dorf, der die Dinger wieder aufbereitet. Ich glaube, der hat noch vier bis fünf von diesen MG-Teilen. Ich glaube, der hat noch vier bis fünf von diesen MG-Teilen. Ich glaube, der hat noch vier bis salad. Ich glaube, der hat noch vier bis fünf von diesen MG-Teilen. Ich gehe jetzt schon mal aus. Ich bin so froh auf auf den Ort. Ich bin so froh auf den Tag. Ich geb ihn es jetzt noch vier bis fünfer Jön. Ich habe ihn mit dir raus. Ich habe ihn mit dir in fünf. Und da hat mich, und ich bin so froh, und da ist gut. Und von mir soh. und da ist ja, ich bin soh. Musik Musik Ja hier habe ich schon mal den Abschluss meiner Topspeed, meines Topspeed Videos gemacht. Schöne weite Flächen, traumhafte Motorradstraßen und Strecken. Ja, da wurde auch noch nach meinem Kilometerstand gefragt. Na, wenn sie wieder an ist, kann ich das mal ablesen. Ich glaube ich werde hier doch noch mal kurz pausieren. Wie immer schalte ich die Kamera noch ein letztes Mal an. Und lasse sie einfach laufen bis der Akulier ist. Auf dem Kilometerstand 4702 Kilometer. Da kam jetzt noch einer mit einer Triumph. Ja. 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 Ja, in der nächsten Zeit werde ich jetzt mal noch bei mir in der Gegend was Taitentäler abklappern. Ich habe ja noch ein paar Tage Urlaub. Das Wetter soll auch ganz gut noch mitmachen. Dann schauen wir mal was wir zusammen bekommen. Ich muss jetzt noch 20 Kilometer zurück haben. Ich muss jetzt noch 20 Kilometer zurück haben. Dann sage ich schon mal Tschüss, bleibt oben und bis die Tage. Macht's gut. Das geht schon mal weiter. Genau. Es hat companysband Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hier geht es jetzt zum Kloster Düsseldorf. Das sind immer so Mittelalter-Märkte, Wetterspiele. Und alles fällt Corona-bedingt dieses Jahr auch aus.